Öl, schmieriges, stinkiges Öl. Das hat uns noch gefehlt. Hilfe! Hamilton, wo brandt's wieder? Ich verhungere bald nichts zu essen. Das Öl hat all die Schönseegurken verseucht. Warte auf mich, Hamilton. Ich hole unseren Doktor Dulid. Achtung, Achtung! Pieper ist im Anflug! Da ist der Bursche schon. Ich bin gespannt, was er diesmal auf dem Herzen hat. Doktor Dulid, wir brauchen mal wieder Hilfe. Besonders Hamilton, dieser gewaltige Schneck. Okay, Junge. Und wo finden wir ihn? Hamilton, Sir? Das ist ja einer meiner ältesten Freunde. Was braucht er denn? Hilfe! So, Freund Hamilton, der Riesenschneck braucht also Hilfe. Dieses Hilfe klang ja ganz furchtbar. Er muss verhungern, junger Mann, wenn sein Ernährungsproblem nicht gelöst wird. Aber im Golf muss er doch jede Menge Seegurken finden. Das war einmal eine enorme Öllache, hat vorige Woche die ganzen Vorräte vernichtet. Gut. Sie fliegen gleich wieder zurück und sagen ihm, Doktor Dulid wäre schon unterwegs. Mach ich. Okay. Ich sage Hamilton Bescheid. In diesen Minuten ist Dulidels Schiff auf der Fahrt zum Golf, um der in Not geratenen Riesenschnecke zu Hilfe zu eilen. Seegurken, die einzige Nahrung der Schnecke, sind durch Ölverseuchung vernichtet worden. Das waren unsere Nachrichten. Guten Nacht, Chef. Guten Nacht, David. Und gute Nacht, Doktor Dulidels. Und gute Nacht, no, nee. Gute Nacht. Äh, gute Nacht, Wang. Gute Nacht, Nico. Buona notte. Soniamo ben, Scurvy. Gute Nacht? Was ist denn auf einmal in euch gefahren? Äh, du hast doch gute Nacht gesagt, Boss, und wir... Setzen, Kneichhopp! Das ist doch nur eine Redensart, ihr Trottel und weiter nichts. Es sollte heißen, sieh dich vor, Doktor Dulidels. Das muss einem doch gesagt werden. Der Patron hat wieder einen Plan, richtig? Der Patron hat einen neuen Plan, richtig. Dulidels kümmert sich um alle Tiere, die in Not geraten sind. Richtig. Richtig. Und diese sogenannte Riesenschnecke ist zurzeit in Lebensgefahr. Sie erwartet also Hilfe von Doktor Dulidels. Richtig. Richtig. Nun frage ich euch, wäre es nicht ganz tollig, wenn uns Dulidels in der Eile mit der ausgehungerten Riesenschnecke verwechseln würde? Das setzt natürlich entsprechende Bauarbeiten voraus. Du meinst, Mon Ami, dass wir so etwas wie ein sogenanntes Schneckenhaus bauen? Erfasst, Nene. Merci. Aber Boss, wir wissen doch gar nicht, wie man solche Schneckenhäuse baulen kann. Da hast du nun auch wieder recht, mein kleiner Chinese. Zu diesem Zweck begeben wir uns augenblicklich in unser Bildungszentrum. Na, wie läuft denn alles so, Mats, Tabbins? Wunderbar, Doktor. Morgen früh müssten wir den Golf erreichen. Aber ich habe eine Frage. Ja? Was können wir wirklich für den armen Hamilton tun, Sir? Ich denke gerade nach über dieses Problem. Wir sind hier, Tommy. Und Hamilton ist hier ungefähr. Das ist die Seegurkeninsel, da werden wir anlegen. Wir müssen so viel Gurken laden, wie wir nur unter Deck verstauen können. Wir müssen Hamilton am Leben erhalten. Müssen wir nicht auch eine neue Heimat für ihn finden? Ja, das befürchte ich. Die Verseuchung ist schrecklich. Ein echtes Problem der Ökologie, Tommy. Joi, was gebrauchen Sie nur für feine Wörter, Doktor? Ökologie ist die Wissenschaft der Beziehungen zwischen Lebewesen, George. Alle Pflanzen und Tiere, sogar die Insekten, sind aufeinander angewiesen. Es gibt so eine Art Gleichgewicht in der Natur, nicht, Doc? Richtig, Tommy. Nur mitunter stört der Mensch das Gleichgewicht. Weil er zum Beispiel das kostbare Wasser verschmutzt. Und weil er die wundervolle Luft verpestet, genau wie das Meer. Man könnte vor Wut aus der Haut fahren. Irgendwas muss da mal geschehen. Kommt, wir singen uns eins. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aufgemerkt! Das ist mein Plan für den Bau eines Schneckenhauses. Hört zu! Leute, beachtet diese raffiniertest ausgeklügelte Anleitung. Lasse A in Schlitz B, Schraube C in Mutter D, befestige Brett E an Kreuzknochen. Der Kreuzknochen ist verbunden mit dem Unterknochen. Ah, und der Unterknochen ist wieder verbunden mit dem Schalenknochen. Ja, stimmt genau. Und der Schalenknochen-Boss ist verbunden mit dem Fußknochen. Was? Und Fußknochen ist verbunden mit Beinknochen und Beinknochen ist... Ist wieder verbunden mit Knieknochen. Schneckefältig! Hört auf! Also, Leute, den Bau werden wir in drei Abschnitte einteilen. Ich meine, in drei Stufen. Hat einer von euch schon welche gesichtet? Ja, ich, Doktor. Da vor uns scheint es massenhaft, Seegurken zu geben in 15 Meter Tiefe. Wir sollten Anker werfen. Gigi, wirf den Anker aus. Alles, was wir tun müssen, ist, ein paar Zentner Seegurken hochzuholen. Aber wie sollen wir das bewerkstelligen? So. Schon gut, schon gut! Dich bin ich schwerhörig, Tutu. Das weißt du doch. Tut mir leid, alter Knabe, dass wir dich gestört haben. Darf ich vorstellen, Doktor Doolittle? Wir haben eine große Bitte an dich. Wir kennen uns doch. Und ob wir uns kennen? Tatsächlich, Doktor Doolittle. Hey, Judy, komm rauf. Ich will dir Doktor Doolittle vorstellen. Sehr erfreut. So sehen Sie also aus, Doktor Doolittle? Was treiben Sie denn in der abgelegenen Gegend, Doc? Wir brauchen unbedingt ein paar Zentner Seegurken und es wäre nett, wenn Sie die für uns pflücken würden. Wird uns ein Vergnügen sein, Doc. Wie viel brauchen Sie denn so? Vielleicht drei Zentner. Och, das schaffen wir doch spielend. Ne, drei Zentner? Oh. Sie dürfen uns natürlich auch mehr hochholen. Lassen wir es bei drei Zentnern. Judy, mein Liebling, ich säble sie ab und du sammelst sie auf. Wenn ich fragen darf, warum tauchen Sie nicht, Madam? Ich krieg so leicht Wasser in mein Näschen. Bei der Tiefe. Tja, da geht was rein und nicht so knapp. Und das Gewicht zieht sie vermutlich hinunter. Genau so ist es, Doktor. Wir machen nämlich Arbeitsteilung. Er sägt sie schön ab und ich sammle auf. Tommy, hol unser Dingy. Eier ist er. Hey, nun schaut euch das mal an. Hallo Leute, die erste Fuhre habe ich hochgewuchtet. Das ist aber eine hübsche Idee, Judy. Ein Gurkenschoschlik, was? Ah, eine ausgezeichnete Ernte. Bei dem Tempo, das die zwei vorlegen, können wir bald weiter. Das Netz ist voll, Chi-Chi. Hefe ist schon an Bord. Na, tu schon, was er sagt. Das ist die erste Ladung. Es kommt noch mehr. Ei, Ei, Sir. Und nun runter. Schön langsam. Vorsichtig. Gut so, sehr gut. Stopp. Donnervetter, machst du das elegant, Chi-Chi. Achtung Leute, Seekurken. Schön stapeln. Da hast du sie, Dab-Dab. Lass sie nicht auf deine Mütze fallen. Ihr seid wirklich tüchtig. Ich bin stolz auf euch. Das habt ihr sehr gut gemacht, Freunde. Ihr habt der Schnecke vielleicht das Leben gerettet. Wäre ja schlimm, wenn wir Tiere nicht zusammenhielten, Doc. Bestellen Sie dem alten Hemm viele Grüße. Darauf können Sie sich verlassen, Judy. Ihr habt uns prima geholfen. War uns ein Vergnügen, Gentleman. Judy, mein Liebling. Ich habe einen Riesenhunger. Gibt es heute nichts zum Mittag? Ja, was Leckeres gibt es heute. Seegurkenvorsteise, Seegurkensuppe, Seegurkengemüse, Seegurken... Nein, hör auf. Ich gehe lieber baden. Keine Gurken die nächsten vier Wochen. Au, ja, wir tauchen jetzt gemütlich. Und wenn ich wirklich ein bisschen Wasser in mein Näschen bekomme, macht das auch nichts, Liebling. Ach was, sieh mal, wer uns da schon wieder besucht. Dr. Doolittle, Dr. Doolittle. Ja, was ist denn? Sie müssen schnell machen, Doc. Hamilton geht es ganz mies. Und wie äußert sich das? Er ist schon so schwach, dass er kaum noch sprechen kann. Er gibt nur noch Geräusche von sich, sowas. Was hat das zu bedeuten, Doc? Hamilton beginnt zu quapsen. Und das ist ein ganz typisches Zeichen für schwere Unterernährung. Sagen Sie ihm, wir kämpfen. Alles herhören, Freunde. Schnell hievt den Anker. Setz die Segel. Wir müssen die Riesenschnecke retten. Eine Schnecke, die nur noch quapst, so, so. Böse Nachrichten für den Armen, aber sehr gute für uns. Und wohin mit dem Brett? Brett kommt rüber, im Bicile. Jawohl, ist gut. Guten Morgen, Mann. Wie kommst du drauf, dass ich schiele? Schlaf nicht, Nico. Der Boss hat nichts von Pause gesagt. Komm, wir sollen heute noch fertig werden. Hört zu, Genossenpiraten. Wir verdanken es der einmaligen Leistung des schlauen Schnorchels, dass wir über eine sichere Information verfügen, welche das Gelingen unserer Unternehmung einigermaßen aussichtsreich macht. Ich hab rausbekommen, dass Hamilton, der Schneck, so elend ist, dass er nicht mehr in der Lage ist zu sprechen. Er kann nur noch so ein bisschen quapsen. Ach, ist das eine traurige Nachricht, was. Aber wir würden ihn sowieso nicht verstehen. Alberne Kretens, wir müssen dieses Quapsen einfach nachmachen. Dann bekommt er Zutrauen zu uns. Wenn wir's nachmachen sollen, muss man es erst vormachen, dieses, wie war noch das Wort, Quapsen? Siehst du, das ist eben der Pferdefuß. Hm, ich hab's. Wisst ihr, was wir jetzt veranstalten? Ein sogenanntes Probequapsen. Also Leute, fertig machen zum Probequapsen. Ich muss wohl nicht betonen, die Entscheidung der Syrie ist absolut endgültig. Spätere Reklamationen können keinesfalls berücksichtigt werden. Achtung, fertig, los, quapsen. Ja. Quaps, quaps. Der Nächste. Quapsi, quapsi, quapsi. Der Nächste. Ich stell mir vor, so würde Fränkyboy quapsen. Lass es mich noch einmal versuchen, der Boss. Ich weiß, dass ich quapsen kann. Du hast eine Chance gehabt, Schweinebacke. Du bringst das Quapsen nicht mal, selbst wenn du ein altes Paar Schuhe wärst. Wundervoll. Du kriegst den ersten Preis. Nach meinen Berechnungen müssten wir Hamilton in zwei Minuten erreicht haben. Achtung, Riesenschnecke in Sicht. Hm, ein bisschen zu früh. Ist das etwa unsere Riesenschnecke? Dumme Frage. Das weiß doch jeder. Ich habe es nicht gewusst. Du weißt doch nie etwas. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät kommen. Hamilton bewegt sich nicht mehr. Ich werde an Land rudern und ihn abhorchen. Dass er sich nicht bewegt hat, nichts weiter auf sich, Tommy. Nein, Sir. Nein, auch gesunde Schnecken machen sich nichts aus körperlicher Betätigung. Wir sind noch rechtzeitig gekommen. Ich höre ihn deutlich quapsen. Hört mal. Ja, jetzt höre ich es auch. Kann ich mich nicht mal ausruhen? Meine Füße sind schon ganz rund. Nein, außerdem sollst du nicht quatschen, sondern quapsen. Leute, der Doktor ist prompt drauf reingefallen. Alle Mann auf die Plätze. Kommt ihr denn schon näher, mon ami? Jeden Moment wird er so nah sein, dass wir nur rüber zu springen brauchen. Das ist genau das, was ich eingeplant habe, Leute. Rüberspringen. In Springen bin ich prima, klasse. Ja, was ist denn das? Tommy, bitte sag mir ganz schnell, wie viele Riesenschnecken gibt es auf der Welt? Nur eine einzige, Dabdab. So, dann kommen wir bald in die Zeitung, Tommy. Ich habe gerade noch eine gefunden. Hamilton? Wenn das da Hamilton ist, wer ist dann das? Hm, irgendwie merkwürdig. Also irgendwas stimmt da nicht. Das muss ich mir mal ansehen. Ob das nur eine Imitation ist? Psst, noch nicht. Sobald du Little näherkommst, werden wir die Tür aufreißen und ihn schnappen. Jetzt! Die Piraten! Die Piraten haben den Doktor! Die Piraten haben unseren Doktor! Unseren Doktor? Was machen wir nun? Wir müssen ihn befreien, du Affe! Jetzt wünschte ich mir, dass FBI wäre hier. Aufhören! Ihr habt genug gejammert. Nur keine Panik. Hamilton, friss so viel Gurken, wie du magst. Du sollst uns helfen. Wir müssen Doktor Doolittle befreien. Wirklich nett, Sie so plötzlich wiederzusehen, Doktor. Machen Sie sich's bequem. Wir fahren jetzt zur Submarine-Insel zurück. Da Sie nun doch schon hier sind, Doktor, ich hab das Reißen da oben in meiner Schulter. Jeden Morgen, wenn ich auch... Tut mir leid, Sir. Ich kuriere ausschließlich Tiere. Ah, zu der Kategorie gehört er ja wohl. Mein Kompliment. Der Bau ist wirklich gelungen. Alles, was Sie hier sehen, hab ich konstruiert und erfunden. Sämtliche Geräte funktionieren auf Knopfdruck. Ach, man drückt nur auf Knöpfe? Wie ich schon sagte, in aller Bescheidenheit, Doktor. Ich bin nun mal ein großes technisches Genie. Mr. Scurvy, ich bin beeindruckt. Das imponiert mir gewaltig. Wirklich, Sir. Gestatten? Du, Doolittle, was machen Sie denn dort? Aufhören Sie, Bandale! Sind Sie, Philipp? Ihr Vollidioten, haltet ihn davon ab. Packt den Strolch endlich. Stürzt euch auf ihn. Sprengt ihn an. Tut was, ihr Hornochsen. Und nun leben Sie wohl, Sir. Alle Mann sofort an Deck. Betätigt eure Hebel. Macht schon etwas. Doktor, kommen Sie, hier sind wir. Verflickst noch mal, ich hab Sie endlich im Blickfeld. Die echte Schnecke ist doch die mit dem Knaben obendrauf. Los jetzt, wir müssen ihn zermalmen, diesen aufgeblasenen Schneckenwicht. Alles in Ordnung, Doktor? Ja, es geht mir gut, aber wie geht es, Hamilton? Mir geht's wieder wundervoll. Danke, Doktor Doolittle. Vorsicht, Freunde, da kommen die Piraten. Hamilton, können Sie ausnahmsweise den Schnellgang einwerfen? Schneckentempo ist meine Spitzengeschwindigkeit. Doch, es wird doch hoffentlich nicht zur Gewaltanwendung kommen. Nämlich Karosserie-Reparaturen sind ziemlich teuer geworden. Fertigmachen zum Rammen. Alle Maschinen äußerste Kraft. Ei, Ei, Sir. Ach, du dicker Vater, verdammt. Das stimmt doch fast nicht. Skurvy, wir fahren jetzt ohne Kontrolle. Nee, nee, was soll dieser Unsinn? Rammt sie, die Schnecke. Das Steuer funktioniert nicht, aber wir eilten direkt auf diesen sonderbaren Schneckenwicht zu, Chef. Achtung, Vorsicht, Hamilton. Sie kommen. Nee, weh, das ist noch mal gut gegangen. Nee, nee, stopp, der Felsen. Los, hinterher. Ich glaube, wir gehen jetzt. Wie sagst du ihm noch baden? Ich glaube, du bist, wie sagst du immer, bescheuert. Oh, oh, nicht doch schnell, meine Taucherbrille. Und was haben die nun vor, Sir? Keine Ahnung. Sieht aus, als ob sie eine Wäscheleine aufgespannt haben. Bosheit, Gemeinheit, Verschlagenheit machen sich auch nicht mehr so bezahlt wie früher. Ich hab das Gefühl, die haben wir erst mal auf Grund gesetzt. Dr. Doolittle, wir haben das Abschleppseil um Hamilton rumgelegt. Gut, Chi-Chi. Sind Sie bereit, Mr. Hamilton? Natürlich, Doktor. Aber wohin verfrachten Sie mich denn? Wir bringen Sie zur Seegurkeninsel, weit weg von der verseuchten Gegend. Ich hab Ihnen etwas verordnet, damit Sie wieder zu Kräften kommen. Ein Dutzend Seegurken alle vier Stunden. Die wird er sich kaum runterquälen müssen, nicht, Hamilton? Sie können mir auch gern die doppelte Menge verordnen. Ein Dutzend alle vier Stunden, Hamilton. Alle vier Stunden. Achtung, Segelsitzen zur Seegurkeninsel!